so ein zwischenbericht von unserem kleinen krisu er ist jetzt über eine woche bei uns hast du bitte auf hier die was sagst du wieder nein eine woche ist jetzt bei uns ein bisschen was über eine woche mittwoch hatte ich war eine woche hat sich gut eingelebt gemmelt immer mit hell wie rum beim spaziergehen wächst und gedeiht jetzt sind wir gerade unterwegs und spazieren die zwei ochsen ziehen wieder wie die blöden heute abend werden wir mal wie wie viel er wiegt und dann jede woche einmal wiegen wie er zunehmend tut ihr seht es sind keine huskies es sind schafe die fressen gras also die ernährung ist gras und nacktschnecken gut man bis nächste woche wieder dann werden wir wieder einen kleinen zwischenbericht machen was ich so getan hat bis denn